Heißt euch, herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Void auf der Map Kristallspalten. Wir spielen mit General Hell gegen Wise Gullis, Visa Gullis und Alan. Gegen zwei Terraner als Zerg und Protoss, das wird sicher ulkig. Letztes Mal haben wir gesehen, dass die Lurker ziemlich geile Scheiße durchziehen können. Diesmal dachte ich mir, das Spiel vielleicht was aggressiveres. Also immer so, hoppala, nach dem Motto, geht es denn nicht, dass man in Legacy of the Void auch ein bisschen aggressiver spielt. Und dann dachte ich mir, hoppala, dachte ich mir, hey, probieren wir das nochmal. Man fängt mit einem Gas an. So, und dann sehen wir weiter. Erstmal ein Gas. Dann zum Beispiel ein Spawning Pool. So, insofern der mal fertig wird hier. So. Einmal Spawning Pool, please. So, dann haben wir hier ein paar Arbeiter, die mit Liebend gerne Gas abbauen. Ach ja, ein Overlord, meine geile Sache. Okay, so. Ich dachte mir, hm, was können wir denn, was ließe sich One Base schnell durchziehen? Dann dachte ich mir direkt, Borrow Roaches. Oh ja. Borrow Roaches sind sicher eine geile Sache für One Base. Und das wollen wir jetzt mal sehen, ob das wirklich One Base gut funktioniert gegen Terra. Also, geht es jetzt direkt mal ans Eingemachte. Holen wir noch ein Gas. So, einmal eine Queen. Wobei, ich glaube, ich laufe mit einem Gas weiter, oder? Doch, ein Gas wird reichen. Braucht nicht so viel. Bis die Queen fertig ist. So. Roach Warren. So, noch ein Arbeiter. Ja, da sind wir auch soweit, ne? Als nächstes kommt das Borrow. Ein Overlord. Ein Overlord. Lord. So. Ah, ich bin ein bisschen, ich bin schon wieder ein bisschen erkältet. Unglaublich. So, einmal Borrow, please. So. Borrow dauert 100 Sekunden. Bis dahin sollten wir soweit sein. So. Für das eine Supply, das wir für ungerade haben, holen wir uns ein paar Zerglinge, um die Watchtower zu sichern, damit die uns nicht kommen sehen. Das ist der Plan. Und sobald der Inject jetzt hier durch ist, gibt es die Roaches. So, eine Roach. Komm, Inject. Und nochmal vier Roaches hinterher sind, insgesamt fünf bisher. Und jetzt noch eine sechste. So. So. Und Roaches nach vorne. Noch eine siebte. Ich würde sagen, noch eine achte dann und dann ist gut. So. So. Wobei, ich glaube, ich spare mir die achte, Roach. Die kommt so ewig zu spät. So. Und Overlord mal reinpiken. Wobei, nein, der wartet hier. Und damit, äh, damit verlocken wir sie, die Mauer runterzulassen. Das ist dein Plan, oder? Wir brauchen mehr Overlords. So. Dann kommen hier noch ein paar Roaches unterher. So, nochmal fünf Stück. Warte, noch nicht. Noch nicht. So, Waypointe umsetzen. What the hell? Are you fucking serious? Ah, jetzt erzähl mir halt, dass das nicht gehackt ist. Komm schon. Unsere Streitkräfte. Was für ein Keimus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Huh. Unsere Streitkräfte Ja, ich seh's, was soll ich tun? So Ja, okay Ja Unsere Streitkräfte Ja 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 Erfindeten Befinden sich im Kampf. Mineralienfeld. So, das läuft doch schon mal ganz gut. So, von hier ein paar Arbeiter, nach da und nach da. So, ziehen ein paar mehr da direkt mal rüber. Na gut, lassen wir ihn die. Oh man, die beste Roaches ever. Ey, wo lachst du denn hin? Oh man. Oh man. Oh man, ist das hebel. Ist das hebel. Oh man, Roaches. Ah. Ah.